Ich kann Sie alle herzlich begrüßen auf oder um den Airbus-Stand. Wir haben es heute eingeladen zu einer Produktpräsentation, auf die wir auch sehr stolz sind, unsere neue hybride Basisstation TB4. Wir haben vor ca. vier Jahren angefangen hier mit dem hybriden Netzmanagement, weil wir glauben, das Management von Netzen in eine Hand zu geben, egal ob das Sprach- oder Breitbandnetz ist, ist eine wichtige Funktion und erleichtert den Betrieb von Netzen ganz ungemein. Was ist das, was die Airbus-Stand ist? Man kann nicht immer als Telekommunikations- und ICT-player sein, aber das ist, dass wir ein Publikum-Safety-Leader in Europa sind, mit vielen von den Ländern, die Publikum-Safety-Netzwerken sind. Hence, wir haben eine sehr natürliche Rolle in der PMR Expo. Wir haben ein starkes Portfolio von mission-kritischen und business-kritischen End-to-End-Communikations-Solutions entwickelt. Und wir haben in diesem Bereich gestalten. Und im Zuge dieser technologischen Umstellung haben wir 2018 angefangen, aktiv zu rekrutieren, um unsere technischen Kompetenzen auszubauen und uns fit für die Zukunft zu machen. Das war's. 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 Vielen Dank.